Hallo und Willkommen zum Dario Donato Kanal. Ich weiß gar nicht, wie ich den nennen soll, weil in letzter Zeit geht es ja dann doch viel um Gesundheit, aber ich weiß jetzt nicht, vielleicht heißt das Video die Geschichte meines Daumens und die Geschichte der westlichen Medizin und Ernährung. Ja, was sage ich dazu? Im Grunde geht es heute um einen Daumen und dass der am Verheilen ist. Letzte Woche hatte ich ein Video, wo der Daumen ein bisschen unschön aussah, aber hier hat ein Heilungsprozess stattgefunden und auch insgesamt an meinen Händen und der ist ein bisschen komisch, weil sozusagen der Heilungsprozess angefangen hat mit Nässen, Jucken, Pusteln, aber hier hat sich sozusagen Haut und Fleisch regeneriert und dieses Video soll praktisch erklären, warum meine Haut in Beschlag gekommen war, wie ich sie wieder repariert habe und was es sozusagen aussagt über unsere, ich würde sie nennen, die westliche Ernährung und vielleicht Schulmedizin und wie sie Sachen versteht und ich bin jetzt hier so Arschloch genug, um zu sagen, wie diese Dinge wirklich funktionieren, weil wenn ich diese Dinge gewusst hätte, dann hätte ich sie schon viel früher gemacht, aber diese Dinge erzählt einem niemand und deswegen erzähle ich sie euch, damit diese Welt hoffentlich freier, intelligenter und stärker wird. Also, was hat es auf sich mit meinem Daumen? Wie ihr sehen könnt, sieht ein bisschen unschön aus, aber hier zeige ich euch einen Daumen, der ja, ein bisschen schöner aussieht. Also das sind jetzt die Hände eines 39-jährigen Mannes. Ich würde sagen, kann man machen, wenn es scharf gestellt wird. Ja, also ich habe Zeit meines Lebens lang Neurodermitis gehabt. Vielleicht sieht man hier noch, dass da ich, da waren früher richtige Stellen, mein ganzer Körper war überzogen von, ja, weiß ich nicht, wie soll man sagen, Ekzem, Elefantenhaut und sowas, aber ich würde sagen, wenn man hier jetzt drüber streicht, das ist gesunde Haut. Ich habe an meinem Körper überall gesunde Haut und ich denke mal, das ist okay für jemand, der 39 Jahre alt ist und in die Zukunft gehend auch weiterhin gesund bleiben will. Und ich denke, wie man gesund bleibt, ist sozusagen, dass man sich bewegt, dass man genug trinkt, dass man sich ausgewogen und gut ernährt. Das wird ein sehr wichtiger Punkt sein und dass man sich auch einfach, dass man einfach Nein sagt zu der Scheiße, die es da draußen gibt in der Welt, die wir gar nicht brauchen. Wer weiß, vielleicht kann man ja doch irgendwie lange oder länger leben und das, was wir gerade, also ich meine, wenn wir jetzt zum Beispiel uns angucken und wir gucken irgendwo ins Mittelalter, das sind jetzt meine Tabletop-Miniaturen, aber wir gucken ins Mittelalter oder in die Steinzeit und sagen, ja, mit 30 waren die schon ausgewachsen oder sind da schon gestorben und vielleicht guckt uns jemand in ein paar hundert Jahren an und denkt so, diese Idioten, die sind nur 70 geworden und sind schon ab 30, 40, 50 schon alt geworden und stattdessen kann man 100 Jahre jung sein, die nächsten 100 Jahre ist man dann so wie 40 bis 60 und dann die nächsten 50 Jahre sind dann so, was weiß ich. Und jetzt sagt ihr, oh, so lange will ich nicht leben. Vielleicht, vielleicht, vielleicht nicht. Das werden wir rausfinden, aber dann wäre die Welt auf jeden Fall vielleicht weniger stressig. Und Ernährung hat da einfach sehr viel damit auch zu tun. Definitiv auch eure Lebenssituation, euer Stresslevel, die Dinge, die ihr wollt, Dinge, die ihr denkt. Aber heute covern wir sozusagen die Basics. Ähm, genau. Jetzt geht's mal los. Also ich hatte, ähm, im Mai, April, davor schon, März, sehr, sehr trockene Hände, vor allem trockene Daumen, vor allem hier an diesen Stellen. Ähm, wie ihr sehen könnt, auch meine, meine, ähm, Fingernägel sind ein bisschen geriffelt. Ähm, man würde sagen, das ist sozusagen die Trockenheit des Bluts oder vielleicht ein bisschen Nährstoffmangel. Ähm, an manchen Fingern habe ich es mehr, an manchen wenigern, an den Daumen sehr viel. Hier habe ich nur so zwei, drei Striche und hier gar nichts. Das heißt vielleicht, ähm, Nierblase wird gut durchblutet. Ähm, jeder Finger hat in der Traditionell-Klinischen Medizin, die sehr, sehr basic ist, aber auch sehr, sehr gut. Das heißt, es funktioniert, was diese Leute da sich zusammen geforscht haben. Und es funktioniert so gut, dass ich damit, ähm, tausend Sachen in meinem Leben geregelt habe. Also Neurodermitis ging weg, Depression ging weg, ähm, Lethargie ging weg. Ähm, ich habe Gewicht verloren, konnte über das Gewicht zunehmen. Ähm, also die TCM ist einfach, äh, Traditionell-Klinische Medizin. Ich mache dafür zur Erbung, weil, ähm, es ist umsonst und es ist gut und es funktioniert und zwar schnell. Deswegen verstehe ich nicht, warum wir dumme Sachen machen. Ähm, genau. Aber ich hatte, äh, und, und die haben sozusagen für jeden Finger, also das ist Milzmagen-Pankreas, das ist Nierblase, das ist Leber und Gallenblase, Lunge und Dickdarm und Herz und Dünndarm. Wenn hier am kleinen Finger Probleme sind, dann, ähm, ja genau. Aber das ist eine Geschichte für den anderen Tag. Also, und ich hatte dann sehr trockene Hände und ich wusste nicht von was und ich war viel trainieren und hatte viel Stress. Ähm, und immer wenn ich nach Hause gekommen bin, hatte ich dann meistens irgendwie eine Brotzeit mit Käse und solche Sachen. Und was ich dann auch gemerkt habe, war jedes Mal, und das ist jetzt eine wichtige Sache, jedes Mal, zum Beispiel, es gab dann einfach eine Zeit, da hat man dann Kirschen gegessen oder ich habe Früchte gegessen oder Äpfel oder solche Sachen. Oder eben, ja, also saftiges, fruchtiges oder ich habe Milch getrunken. Ähm. Hafermilch, Kuhmilch, bei der Kuhmilch eher. Und dann hat es angefangen zu jucken, zu nässen und ich wusste, ah ja, klar, so wie hier, so wie das, was ihr hier sehen könnt, sobald ich scharf stelle, da wusste ich, ah okay, das, was du gerade gegessen hast, ist gar nicht gut für deinen Körper, also lassen wir es weg. Und so habe ich es dann auch gemacht, aber im Nachhinein, ich will jetzt nicht sagen, dass das jetzt alles ein Fehler war, aber ich habe nicht erkannt, was da passiert und ich konnte die Zeichen der Zeit nicht lesen. So wie ihr es hier sehen könnt, also hier zum Beispiel, seht ihr, die Finger sind ein bisschen hier, perfekt der Haut und hier und hier und hier eher nicht. Und dann könnte man sagen, die Sachen, die man isst, die Sachen, die man isst, also wie zum Beispiel Kuhmilch, Kirschen, Apfel, ähm, fruchtiges, gemüsiges, ähm, Honig, ah ja klar, alles Zucker verursacht, alles Juckreiz, lasse ich alles weg. In dem Fall war es bei meinen Händen falsch, was tatsächlich passiert ist, ist folgendes, ähm, das ist jetzt ein bisschen kompliziert, aber ich weiß nicht, warum, wahrscheinlich von, ich war so auf dem Trip, ich gehe trainieren und werde super groß und stark, das funktioniert auch, das funktioniert, ich gehe regelmäßig und Schultern, Bizeps, alles das wächst und so, ähm, aber ich habe dann oft einfach, um das Eiweiß reinzukriegen, ähm, und auch um zuzulegen, habe ich dann auch viel Brot gegessen, viel Wurst, Käse, Fleisch, Fisch, schon auch gesund, da war auch immer Gemüse, aber jedes Mal, wenn ich dann, sag ich mal, so eine, ähm, Gurke, Tomate und all diese Sachen gegessen habe, also so, dass das Brot und das Essen saftig wird, hatte ich sozusagen Ausschlag, Juckreiz, Pusteln, also habe ich diese Dinge reduziert und das war genau das Falsche. Und was der Körper da versucht hat, war nicht eine allergische Reaktion durch Tomate, Gurke, Apfel, Kuhmilch, ähm, Kirschen, ähm, Banane, was auch immer, aber ihr seht ungefähr, in welche Richtung es geht, Sondern, das war ein Heilungsprozess der Haut oder beziehungsweise der Hand oder des Körpers, der versucht hat, etwas, was ich durch meine, ich sag mal, westliche oder komische Ernährung, ähm, hatte ich mein Körper, mein Blut, mal, auch ein bisschen ausgezehrt. Das heißt, das Gewicht ist hochgegangen, aber irgendwo, ähm, hat der Körper, also man könnte das jetzt hier vielleicht sehen, ich weiß jetzt nicht, ob man es sieht, aber zum Beispiel hier geht es relativ flach runter und gestern zum Beispiel habe ich was sehr Fruchtiges gegessen und dann ist es hier so hochgegangen und, ähm, ein bisschen zieht sich das hier zurück, das könnte auf Trockenheit im Körper schließen, ähm, aber ich habe auch gemerkt, dass praktisch hier dieses, also praktisch, jedes Mal, wenn ich dann was Saftiges gegessen habe, diese Allergie, ich mache es jetzt kurz, das hat versucht eigentlich, ähm, den Körper wieder herzustellen, ähm, es war praktisch wie so ein Flussbett, da ist praktisch kein Wasser geflossen und dann hat sich das Flussbett praktisch hier so nach unten verlagert und, also das macht jetzt keinen Sinn, aber zum Beispiel die Haut, also nehmen wir an, ihr habt eine Haut und da drin ist praktisch saftiges, gutes Fleisch, genau, hier und das wird durchblutet von wunderschönen, äh, von wunderschönen Blut und Fleisch und, ähm, ihr esst sehr saftig, aber ich habe einfach nicht saftiges, saftig genug gegessen und dann ist es praktisch so ein bisschen zurückgegangen, meine Haut ist dann so praktisch so runter und jedes Mal, wenn ich dann wieder saftig gegessen habe, hat der Körper dann wieder reingeschossen, gute Nährstoffe und dann kam das dann eben, dann wollte der das wieder aufbauen, aber ich habe es nicht machen lassen, ich habe es sozusagen nicht zugelassen, ähm, und dann bin ich in so eine Spirale des Verdornens, weil ich ja gedacht habe, ähm, das was ich esse, produziert Pusteln, dann habe ich es nicht mehr gegessen und dann habe ich immer trockener gegessen, bis dann sozusagen meine Haut, ähm, komplett ausgetrocknet war und, ähm, an einem Tag, und das war dann letzten, vorletzten Donnerstag, da bin ich dann irgendwie zum Friseur und danach trainieren und ich hatte gegessen, äh, irgendein Käsebrot mit Butter, also irgend so Laugenwecken und Brezel, ähm, das gibt es hier im Schwabenländlern und dann habe ich das gegessen und danach ist mein, mein Daumen so trocken geworden und so richtig böse Juckreiz, ja, und dann habe ich nochmal nachgeguckt, was sagt die TZM und die TZM hat gesagt, Junge, du musst saftig essen, du brauchst morgens, ähm, Hafermilch, Kuhmilch, ähm, warm gemacht, mit Haferflocken drin oder Hirse, mit einem Apfel reingeschnippelt, ähm, macht das warm, tu ein paar Mandeln rein oder Erdnüsse, ähm, ähm, am besten ungesalzen, aber Erdnüsse und tu ein bisschen Honig rein und isst es und isst es ein paar Tage und dann habe ich das gemacht und dann habe ich tatsächlich auch wieder abends Tomate gegessen, Gurke gegessen und ruckzuck hat es angefangen mit Ausschlag und, ähm, ausbrechend und, und überall und Hitze in der Nacht und ich dachte mir, okay, was passiert hier, ähm, und dann aber irgendwas in meiner Intuition hat gesagt, lass das mal zu, lass das mal machen und ihr könnt im vorherigen Video gucken, letzte, letzte Woche ist das hier komplett am Nässen, ähm, aber da hat sich scharf gebildet, da ist praktisch von innen kamen wieder Nährstoffe und die haben gesagt, endlich können wir wieder wachsen, endlich, endlich, endlich können wir wieder das Fleisch aufbauen, dieser dumme Junge, der hat alles verdorren lassen, endlich können wir wieder, ähm, saftig wachsen mit Stärke und dann habe ich das fortgesetzt und mit jedem Tag hat es mehr genässt, aber mit jedem Tag hat sich die Haut mehr regeneriert, das heißt, wenn ihr seht, letzte Woche habe ich hier noch so ein Scharfbildung und auch Flüssigkeit, heute habe ich das nicht, es sieht jetzt nicht sehr appetitlich aus, aber es hat sich komplett neue Haut gebildet, hier war ein bisschen der Daumen eingefallen und auch diesen kleinen Hubbel, den ihr hier sehen könnt, da könnt ihr jetzt sagen, ähm, das ist jetzt ein Pickel oder so, aber das stimmt nicht, da versucht die Haut mit Nährstoffen und Flüssigkeit wieder das Fleisch aufzubauen. Jetzt könnt ihr sagen, Dario, du redest einen bösen Bullshit und du hast keine Ahnung von Medizin und Pipapo. Ich glaube nicht, dass ihr recht habt. Ich glaube, dass die persönlichen Erfahrungen, die ich mache, sehr wertvoll sind und dass das einfach, ich weiß nicht, das ist einfach echt, das ist einfach, das funktioniert. Innerhalb von einer Woche kann ich euch sagen, so, daran liegt's, das läuft falsch in eurem Leben und da, so geht's besser. Nicht bei allem, ich kenne mich nicht mit allem aus, aber definitiv habe ich genug in meinen letzten 39 Jahren an mir selber und an dieser westlichen Welt gelitten, dass ich euch sagen kann, das funktioniert und das funktioniert nicht. Und hier funktioniert es, die Haut wird wieder aufgebaut und am Anfang hatte ich so ein bisschen Unverträglichkeiten. Also wie gesagt, ich habe Apfel gegessen und habe mich nicht so gut gefühlt im Kopf und so weiter. Aber ich habe das jetzt ein paar Tage gemacht und mein ganzer Körper, mein ganzer Organismus funktioniert wieder. Ich weiß jetzt nicht, also klar, wenn man, wenn man, hier zum Beispiel, das war eine schmerzhafte Phase und auch hier bin ich nachts aufgewacht und wusste, so, meine Finger brennen und das hat gejuckt. Aber ich wusste, das ist jetzt nicht was Negatives, du hast jetzt nichts Falsches gegessen, sondern dein Körper war ausgedörrt, ausgetrocknet, unterversorgt mit Nährstoffen und der baut da gerade neue Dämme und Strukturen und brennt sich da durch all die Blockaden und den ganzen Müll, den ich da gemacht habe und der baut einen neuen Körper auf. Und deswegen ja, appelliere ich, bewegt euch, trinkt genug Wasser und esst auf jeden Fall, wenn ihr könnt, mindestens zweimal am Tag eine warme und gute Speise. So zum Beispiel, heute gab es Lachs mit Zucchini und dazu ein bisschen Reis und noch irgendein Gemüse dazu und das war relativ saftig. Und ihr könnt da Tomaten reinmachen und die traditionelle chinesische Medizin sagt auch immer, warme Speisen bitte, weil euer Körper, euer Magen ist sozusagen wie so ein Kochtopf, da geht da sozusagen alles, was ihr gegessen habt, ihr habt das am besten gegessen mit euren, also, ihr braucht keinen Mixer, ihr habt Zähne und ihr habt Zähne vorne und ihr habt die Backenzähne und das wird alles mit Wasser oder Speichel zu Brei und es geht dann in den Magen. Das heißt, bitte kaut richtig, nehmt euch die Zeit. Wenn irgendjemand euch gesagt hat, ihr braucht nicht kauen, dann, das ist Bullshit in dieser Welt. Wenn man sich die Zeit nimmt, dann wird man dafür belohnt. Wenn ihr euch nicht die Zeit nehmt, dann werdet ihr dafür bestraft. Ich habe lange genug in meinem Leben gelitten, glaubt mir, das ist es nicht wert. Dann geht es in euren Magen und wenn da kalte Speisen oder zu viel kalte Speisen reinkommen, wie zum Beispiel Brotzeit. Brot könnte man hier wie dieses Ding, dann landet es hier drin, bam. Und dann zum Beispiel, also ich benutze es hier zum Malen, manchmal male ich meine Miniaturen an. Hier haben wir zum Beispiel einen Watchmaster, der Deathwatch. Wenn ihr meinem Tabletop-Kanal folgen wollt, sucht Darius Tabletop und Bastelecke. Wir sehen uns da. Ups, oh nein. Okay, das ist weh getan. Auf jeden Fall, wenn ich hier manchmal Wasser rein tue und dann tue ich hier Backpapier drauf und dann bleiben die Farben saftig. Aber manchmal saugt dieser Schwamm auch das ganze Wasser aus diesem Behälter, was früher mal so ein CD-Behälter war und dann ist meine Nasspalette auf einmal trocken und das macht Brot und mehliges Zeug auch. Das machen die Brezeln, das macht das Salz, das macht das ganze Zeug. Das entzieht euch die Flüssigkeit und wenn euer Körper zu, weiß ich nicht, wie viel Prozent, sagen wir 80, 90, 70 Prozent Wasser ist, dann braucht er das und er braucht nicht nur Wasser, der braucht auch Blut, weil zum Beispiel hier vorne, also ich kann es jetzt euch nicht zeigen, aber wenn das jetzt hier mein Kopf ist, dann gibt es hier so die, hier gibt es die Geheimratsecken und hier vorne gibt es so praktisch die vordere Seite von eurem Kopf und hier dünnt sich es bei mir aus und bei den Geheimratsecken auch und ich habe das lange massiert, dann sind da ein paar Haare gesprießt, aber die TCM sagt, das ist ja schön und gut, dass du massierst, aber wenn du ausreichend warm gute Nahrung aufnimmst, die nährstoffreich ist, dann kann da von innen was wachsen und die TCM sagt deswegen immer warm, weil dann sozusagen muss der Körper nicht seine Körperkraft und Körperenergie aufwenden, um zum Beispiel Rohkost oder Salat zu verdauen, also Rohkost kann schwer zu verdauen sein, weil das ist einfach Energie, also so ein Blatt auseinander zu nehmen mit eurer Körperenergie, kostet Energie und ist ja okay, aber wenn ihr zum Beispiel eine gekochte Speise habt, wie jetzt ein warmes Porridge, dann ist der Apfel eben nicht komplett roh, sondern der ist aufgewärmt, euer Körper muss nicht Energie aufwenden, um den Apfel aufzuwärmen oder zu verdauen, sondern es ist so ein bisschen vorverdaut und das ist einfach super wichtig. Habe ich jetzt noch mehr dazu zu sagen? Ich glaube nicht. Ich bin mir sicher, nächste Woche ist an dieser Stelle überhaupt gar nichts mehr und es wird dann aussehen wie diese Seite, ein wunderschöner saftiger Finger. Wenn ihr irgendwas komisches an eurem Körper habt, dann kann ich euch sagen, wahrscheinlich eure eigene Verantwortung, gleichzeitig geht nicht so mega hart mit euch ins Gericht, weil wenn ihr den Unterschied kennen würdet zwischen gut und böse oder was ist richtig und was ist falsch, dann würdet ihr euch wahrscheinlich für das Richtige entscheiden, so wie ich das auch immer machen würde. Aber manchmal weiß man es eben nicht und da braucht ihr jetzt auch keinen Kurs, den ich unten verkaufe für 5000 Euro und da braucht ihr jetzt auch keinen Influencer, der ich wahrscheinlich trotzdem bin, aber da braucht man einfach die Kommunikation mit jemandem, der sich auskennt und da empfehle ich euch, also ihr könnt mich fragen, ich will auch da nichts verkaufen, ich lebe von der Kunst und von anderen Dingen, aber das fehlt einfach. In dieser Welt will einem immer irgendwas verkauft werden, die Leute wollen euch irgendwas immer anbieten, immer Pillen, Kurse, und immer sagen, esst meine Pizza, die ist gut, scheißt auf den ganzen Kack. Bildet euch eure eigene Meinung, findet euren eigenen Weg und dann macht das und scheißt auf alle anderen, solange ihr denen nicht wehtut. Okay? Also, wir sehen uns und ja, die Geschichte meines Daumens, so werde ich es glaube ich nennen. und wiedersehen. Vielen Dank.